Der Kommandant der Starlast ist Major Harry Rowan, ein erfahrene Astronaut, der bereits von zahlreichen Umfahrt-Unternehmen in der Epochismus einleitet. Achtung, abschütteln, wenigen Sekunden, bei Anberechnung des Computers nochmals überprüfen. Also Hals und Bein vor, Jungs. 5, 4, 3, 2, 1, los! Also Hals und Bein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020